nach naja kann ich jetzt noch zusätzlich mal leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge ja ist das game ja praktisch war von haben vergessen mein kind zusammen mit den kleinen klein aber ein bägen ohne warum dann weißt du doch irgendwie sage ich nix das ist wie die mit der abkürzungen immer was ist denn weh da weißt du doch mal gerne hast kann man anziehen ha ha brauchst du jetzt nicht so tun schlauiner freunde hier was unten rechts läuft bei euch ist das der liedname und oben rechts ist er oben links hier oben rechts ist mein sponsor auf dem musik von der materiaum hintergrund jetzt kommt ja musik probleme es kommt ja wenn du mir so toll ist mir doch egal für die über die so toll gesperrt am ende ach endlich habe ich meine waffe mk 22 ja gut ich weiß junger ich hatte sie noch mal leisten wenn mich ja du schreit sie zu laut ne ich rede so wie immer einmal laut leise ja man kann ich dich gleich auf 1 genau was für eine wahrnehmung du hast aber ich würde ich die ganze zeit gleich bei deinem mikrofon ist es da so einmal laut bist du und dann einmal wieder leise dann einmal wieder laut einmal wieder leise kann ich sein im clip sagt was anderes wenn ich vorhin zu gemacht habe halb weiß ich ja nicht wie der ist was da ist nur clip aber bitte leiden ja nicht auf kurzzeitig ganz bestimmt nicht dann kaufen wir noch neues wenn sie nicht passt ich meinte dein mikrofon jetzt ja dann kauft wir kaufen noch neues ja kein problem dann suche ich dir ein sauberes ach so wir sind jetzt dran ja es schön nichts zu machen du bist doch ein paar an das hatte bei vora waren da wären wir sind erwarten ich muss gerade meine spotify music applaufen drück auf gummi freunde wenn es euch gerne fällt nach flex schöne grüße guckt ihr sowas überhaupt was meine videos ja aber das bild nicht ach so aber guckt das weiß ich nicht ich kann es ihnen ja mal fragen freunde wenn es euch fällt könnt ihr gerne ich warst ich warst Hör mir Schietz auf mich. Auf uns. Meine ich doch. Eher auf dich? Ja, komm, halt dich. Ach so, musst du nicht. Ich musste nicht. Oh Freunde, wenn es euch fällt, wie ich gerade erwähnt hatte, könnt ihr gerne liken. Komm, wir fahren weg. Hey, ich habe nur ein bisschen Scham weggenommen. Wir gehen jetzt zu denen. Ah, er ist zum Tod. Warte, wo ist denn das? Ah, er ist dann kaputt. Ich sehe es. Aber ich kann weiterfahren. Wie? Umsteigen. Ja. Ach, ich kann Kofferraum reinmachen. Ach, ich kann Kofferraum reinmachen. Was ist denn das denn? Oh, scheiße. Warte? Ja. Ja. Oder auch nicht. Ja, guck mal im Kofferraum, wenn du E drückst oder Tapp zum Heilen. Hier, guck. Hier, guck. Kann da was reinlegen. Ja. Siehst du es? Ja, sehr cool. Ja. Da kannst du auch deinen Verband reinlegen, alle. 150 Kapazität. Ja. 250. Ja, meine ich doch. 250. Da legt doch was rein. Warum? Und ab, dass wir es zusammen nutzen. Dann vergessen wir es. Na, ich vergesse nie was. Also macht ihr keine Sorgen. Ich nehme erstmal die Spritze. Oh, ich habe auch eine. Dann nimm die. Doch gleich. Warte, jetzt fahren wir nochmal zu denen. Walala-Lala-Lala-Lala-Lala-Lala-Lala-Lala-Lala. Freunde, nächste Woche, Samstag, gibt es wieder 24er. Dann... Ich fahr lieber rum. Ich fahr gegen die Zone. Ja, ich habs gesehen. Dann gibt es am Montag, Mittwoch, Also danach der Montag, also nächste Woche. Ist für mich nächste Woche. Ist rechts frei? Ja, der Quadro einfach und guckt nie. Also ja, es war gut. Das war aber links, die fahren jetzt rechts. Ja. Was ich gesagt habe, ist rechts frei. Na warte, ich will auf Fluss fahren. Wo müssen doch die Schüsse herkommen? So dahin, warte. Fuck. Hast du es gesehen, Shady? Ja. Habe ich das gut gemacht? Mhm. Was? Ja. Level 3. Sind sie fertig? Ja. Warte, welchen Rucksack? Ja, Stufe 2. Ich habe keinen mitgenommen, keinen Rucksack. Ich habe mein Level 2 Rucksack. Gut. Ich habe mich nicht aufgehört. Äh. Ja. 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 Ich habe mich aufs Auto. Ich habe mich aufs Auto getroffen. Ja. Ich habe mich aufs Auto getroffen. Ja. Ja. Wie sehen wir es so schnell sehen kannst? Ich gucke immer auf der Karte und auf der Map. Ja. Welche Map? Ach, ich meinte hier auf einem Fußboden. Also auf dem Weg. Komm. und was soll er sein na da sehe ich dann die gegner aufwärtsung hier auf dem weg oder minimap sie ist doch die weg jetzt gerade im weg auch auf dass die straße hier geradeaus wo wir jetzt lang fahren dass ich ja auch gegner halt sofort haben ich gucke mal da kein er ist jetzt auch halt kann da aber ich gucke ich habe gerade einen fallschirm gesehen und lift sehr ja ich habe auch mit fallschirm gesehen auch von hinten da kommt noch einer das war das denn der kanal über eine plan ja hallo weiß ich nicht muss abhauen das kommt von ihm die granate ja warte kann ich warten jetzt muss ich durchziehen ich habe doch sagt worte aber nein ja dann wäre ich gestorben sonst ja und ich hätte dich wollen können ja nee jetzt nicht da doch ich habe doch diesen diesen medall medall hier ja da habe ich ja nichts wie gebraucht ich habe schon zig so wieder ich leck mich am arsch habe ich ja zu sagen ja dass mich lecken doch ich schlecht bin dass du gut bist ja gegenteil was sagt eine kürz 0,3 ist wieder schlechter geworden sage ich ja noch fragen 2,1 ja gut danke du bist doch gut jeder mensch ist gut naja nicht wirklich bin schlecht soll ich dich mal prügeln eine schöne fracht prügeln na das dein gehirn mal ordentlich wird naja wieso ich bin gesagt dass ich schlecht bin du musst aber nicht auf das spiel hören tja oder doch seht die gegner nur immer schlecht ja aber die siehst du direkt stimmt's baby keine ahnung wo das liegt ich bin ich nur nicht das gegner ich bin ich nur nicht wo das liegt ich bin ich immer so schlecht ich bin ich nur mein sati ich bin immer ständig Ja, komm. Ah ja. Oh, schön, meine zwei Ketten. Man sieht es ja nicht, dass es weiß sind, oder? Nee. Ach, ihr wollt schon bedanken mit B. Das ist kein Fortnite hier. Freunde, wir haben gestern 19 Stunden, 54 Runde jetzt aus. Sag doch 20. Oder 20, sorry. Haben Ski gespielt. Das erste Mal mit Shelby. Aus. Ja, ich bin schlecht in dem Spiel. Und das glaub ich dir sogar. Da hast du eben was anderes gesagt. Dass ich voll gut bin. Ja, bist du doch auch. Ja, muss ich mal seine Zuschauer dazu sagen. Ja. Mit null Kills, null Assi, Dings, Assistenz, oder? Assi, Tier. Assistenz. Oh. Mit null Schaden. Tja. Du bist doch aber echt gut. Sag ja, Fortnite läuft besser bei mir. Ja, du kennst ja das Spiel auch seit zwei Tagen oder einem Tag. Ja, stimmt schon. Also, und bei Fortnite hat es auch nicht gleich 100 Kills gehabt oder 20. Ja, stimmt schon, aber das hält wieder einfach und sich auf die Gegner besser. Ja. Ja. Und ich sehe für mich die Gegner einfach auch, weiß warum? Nee. Texturen alles hoch. Ultra so glücklich. Liegt doch nicht daran. Na doch, da siehst du es dann auch, dass du, hab alles auf die Ultra fast. Ja, das kann ich nicht hochstellen, das weißt du doch. Ja, aber du bist ja nicht leid. Wenn du noch eine auf eine, es passt, das eine Zeug auf Ultra steht, das andere halt nicht. Du bist doch nicht leid. Dann wird das ja gehen. Ich kann hier mal umstellen, weißt du. Ja. Ja, ich sag ja nichts. Außer ein bisschen meckern. Ja, dass ich schlecht bin. Ich sag jetzt nichts. Warum? Ach, nicht so. Ist doch wahr. Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, so ist. Habt ihr mir geschrieben auf Discord? Nö. Nö. Jetzt kommt noch mal ein Mal aufpassen. Und wenn es Nachtlag wäre oder... Ich hab mir auch volle Pulle gestellt, ich bin mal gespannt. Wenn du es nicht sehen kannst, dann bist du denn wie blind. So habe ich einen Ping. Ja, ja, ja. Einen Ping habe ich. Ja, moin. Da stand gerade ein Ping-Code. Ja, dann machen wir mal einen Clip. Ja, und denn? Ja, dass ich es mir angucken kann. Ja, dass ich es mir angucken kann. Ja, ich soll den zeigen, kann ich euch später mal auch mal ist da. Und es wirklich alles auf volle Pulle gestellt. Also, wenn du die nicht sehen kannst, dann weiß ich, da kann ich denn nicht helfen. Ja, da kann man den helfen. Doch, kann man. Ich hoffe, es ist nicht aufgegeben. Bisher zumindest noch nicht. Ja. Aber ich habe mal was gegen die da behaupten. Ja. Naja. Na ja. Na ja. Also, die Sichtweite ist auf Ultra. Es gibt dann doch die Option, dass du die Kamerasichtfeld erinnern kannst. Von 90 auf was anderes. Das kann man auch noch ändern. Bei mir steht auch, ja. Ich wollte ich auf Ultra. Ja, Texturen habe ich Ultra. Ja, ich habe ja alles auf Ultra. Ich habe sogar die Sharp aktiviert. Ich höre nur zu. Ach ne, weil ich im Menü war. Und wenn ich dann rausgehe aus dem Menü, dann habe ich kurzzeitig einen Apping. Wow. Null steht da einfach. Ja, ja. Was für hell. Schon wieder fertig. Was? Ja, ich bin fertig. Ich wäre kampfbereit. Was? Notfalldeckungsfackel? Was? Was? Er braucht so einen Notfallfackel. Er braucht den Schrott. Ja, das hat mich auch gerade gefragt. Das war doch meine Frage gerade. Ja, alle. Ui, Spritze. Können sie kommen? Ui, komm. Ja. Bist du schon drin? Ui, drin. Mach die Tür auf. Mit dem Autofunk ist das schlecht. Kannst du durch. Ich komme mit dem Vorden hat. Au. Zum Glück haben wir ein Auto. Auch ein Rucksack. Habe ich gefressen. Tolle Antwort. Ich weiß. Ich lasse ja Musik mitlaufen nebenbei. Ja. 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 Kann ich mich gar nicht konzentrieren, wenn die Mucke läuft nebenbei. Ja. Ich schon. Kann ich im Vorden ja wohl nicht. Mach ich mal aus. Da gebe ich dir recht. Da mache ich's einfach. Oder? Ja. Ja. Was ist denn da? Ja. Geh du weiter. Ja. Ja. warte mal kurz wenn ich sage auto einsteigen steigt ein okay wir fahren gleich zusammen los bist du schon bereit mit elf also jetzt habe ich vier erste hilfes und gesniped du dich heimlich aber ich gehe in das auto warte geduld bleibt beim auto in meine fresse man doch nervig ich mache meine karte holen die müsste dann so silber sein oder so oder so blau was ist ja dann steigt ein auto dann vorweg 2 cm beste losgekommen doch war es doch echt gut muss ich dir mal lassen naja naja wir hatten mal andere meinungen wird schon stimmen da so steht ja du bist nicht schlecht als du klappe youtube schreist du so also spiel sei dass ich schlecht bin bist du aber nicht dann musst du mal treffen karriere da steht ko verhältnis 0,3 das wird schon stimmen ich habe dann 8,0 ja siehst du trotz wo ich auch schluss bin naja bin schon einiges besser als ich hallo ich vertreibe jetzt mal nicht gut ist auch das zweite mal dass ich spiele oh ich wollte gerade einen schlüssel annehmen was für ein schlüssel was ich vom pass bekomme vom battle pass hast du einen battle pass habe keins da gibt es doch karte sachen paar einfach morgen in die kette in die schule ja warum nicht kann man ja machen dann lachen dass die kleine sagt da lachen es mich zwar welche aus aber mir doch egal da ist er das war ja ja du bist doch immer gut schäden gehört naja also ja sie haben gehört doch ich freue mich morgen auf die schule ja genau welchen wenn ich das schreibe kommt ja da kann ich sagen ja er leckt mich am arsch heißt hab los geschrieben ich freue mich morgen auf die schule ja mitten erst kommt ja 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 und meine frage auch nicht beantwortet nö oh man was heißt deiner meiner wie die muss sei du wirst du ja auch wissen ja aber probleme hast du nicht mehr Ja, vielleicht sagt er es mir morgen, wenn ich schwule. Kann ich Ihnen sagen? Denkst du, ich kann es dir sagen? Nee, willst du ja nur wissen. Jetzt. Ich habe ja auch nichts gemacht eigentlich. Eigentlich. Ja. Soll ich nicht gemacht haben? Na, denkst du, ich weiß das. Naja. Kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Ja. Wee. Kommt noch Leute mit bei dir. Was? Ja, zwei Leute, kommt noch mit. Ach, die sind woanders. Hm, Glatsch. Ist das gehört? Hab Rucksack. Ich mache die Lüchter platt. Glatsch. Ach, das hörst du noch. Bis meiner Nähe. Was hat es gemacht? Was? Ich mache die Lüchter. Was hat es gemacht? ja aber ich bin nicht beschossen wenn da baby ich habe mir mal den dieb ich bin kein baby ja ja weißt du doch ich will kein baby sein ja dann sieht doch das weh aus äh nö ich stehe unter beschossen das ist schlecht in diese hilfe eilen hab ihn ja ok kommt oder auch nicht das war der hier der neue achtung da kommt jetzt das dauert ab das sind zwei der andere ist hier rechts kann ich nicht sehen hab gesagt rechts hier gut dann heil mich erst mal oder kill ihn kill ihn kill ihn gut komm heil mich also siehst du bist doch gut naja ich habe ja verkackt wahrscheinlich warte mal kurz und den koffer ja aber ne habe ein ach bräuchte ich bin ja unwichtig ich darf ja verrecken ne aber schießt du noch irgendwer ich habe erst in den da drauf geschossen hin ich lasse den mich zu denn hinterher wo einer aber ich weiß es ist ja Oh man! Ach da! Nein, der Fresse! Immer schieß auf mich! Auf dich! Na hin! Hinten der Leib lange, glaube ich! Der haut ab! MEEEENCH! Ach du Arschloch, ey! Oh, wahrscheinlich der Rache von einem anderen Gegner! Kriegt euch! Oder Penner! Na, die anderen werden sich auch beschweren! Weil wir sie killen! Ich frag mal meine Mama, was Essen gibt! Essen! Mami! Ist du wieder Hunger oder was? Ja! Warum? Wenn sie sich Essen mit hochnehmen kann! Ui, Essen! Los Mama, ja! Die ja Frauen haben ja leider keine! Da drauf! Das stimmt schon, aber... Die Eier braten in 5 Minuten! Ui, braten! Warum Eier? Ich darf oben essen! Weil es heute Eier gibt! Ich glaub es gibt Dings! Kartoffelsalat! Ja, mit dazu! Eier! Ja! Spiegeleier! Was? Und Spiegeleiern! Ja! Hä? Hä? Gibt's nicht! Hä? Gibt's nicht! Gibt's nicht! Wenn's mir schmeckt! Super! Na lass mich doch essen, wie ich essen will! Ach, da hat er Eier! Oh, Leute! Und herzlich willkommen! Seid ne noch ein Gott! Warte! Warte! Ui, hat da Eier! Ja! Fuck me, please! Ich geh mal kurz auf Toilette! Also Freunde, das war's jetzt mit diesem Video! Lasst ein Like und ein Abo da, dann sehen wir uns! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss!